Nach diesem letzten Kurzvortrag von Dr. Klaus Rettinghaus mit dem Titel Als die Spiele sprechen lernten, neigt sich unsere Veranstaltung dem Ende zu. Wir haben heute viele verschiedene Einblicke rund um das Thema Gaming erhalten. Ein großer Bestandteil war dabei der Bereich Inhaltsentwicklung sowie das Storytelling. Darüber hinaus haben wir aber auch sehr viel über den Einsatz von Musik in Videospielen erfahren. Auch die Themen wie beispielsweise VR-Interaktion oder die Nutzung von offenen Daten wurden heute angesprochen. Außerdem möchte ich in diesem Zusammenhang auf einen weiteren Beitrag aufmerksam machen. Dr. Sebastian Stoppe von der Universitätsbibliothek Leipzig hat für uns einen spannenden Vortrag zum Thema Ich erspiele mir eine Utopie vorbereitet. Dabei geht es um das Medien-Franchise Star Trek und die Einblicke in verschiedene Computerspiele. Das Video ist jetzt auch auf unserem Kanal zu finden. Ich freue mich sehr, dass sich alle Teilnehmenden auf dieses Format des Science-Mesh-Up einlassen konnten und einen Beitrag vorbereitet haben. Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber der Pecha-Kucha-Stil ist wirklich eine Herausforderung, welche man nicht unterschätzen sollte. Natürlich sind das Team und ich sehr über ein Feedback zur heutigen Veranstaltung interessiert. Wie bereits zu Beginn erwähnt, freuen wir uns sehr, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden und innerhalb von ca. 5 Minuten einige Fragen zum Science-Mesh-Up beantworten. Was hat Ihnen und Euch gut gefallen? Was könnten wir das nächste Mal noch besser machen? Wir sind über jede Rückmeldung froh. Auch freuen wir uns über alle, die heute zugeschaut und mitdiskutiert haben. Ein großes Dankeschön an jede Zuschauerin und jeden Zuschauer. Nochmals möchte ich mich stellvertretend für das Organisationsteam bei allen Referierenden des heutigen Science-Mesh-Ups bedanken. Darüber hinaus gilt ein besonderer Dank Frau Prof. Dr. Hofacker sowie den weiteren Organisatoren der langen Nacht der Computerspiele 2020. Nicht zu vergessen, ein weiteres Dankeschön geht an unsere Dozenten aus dem Modul Veranstaltungsmanagement. Prof. Dr. Kulisch, Dr. Ruge und Herr Bürgner. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie alle im nächsten Jahr wieder zur langen Nacht der Computerspiele 2021 und auch zum Science-Mesh-Up begrüßen dürfen. Wir sind gespannt, welche neuen Trends und Möglichkeiten die aktuelle Situation für die Zukunft bringen wird. Der Live-Chat bleibt nun noch eine halbe Stunde bestehen. Die separaten Videos bleiben auf unserem Kanal erhalten und können für die weitere Nachbereitung individuell eingebettet werden. Ich wünsche Ihnen und Euch weiterhin viel Erfolg bei zukünftigen Projekten und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Bis bald.